Was ist die Gefahr, dass jemand unbewusst, man möchte fast sagen unschuldig sozusagen, in eine Plagiatfalle hineingerät und später sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, obwohl er möglicherweise wirklich zumindest nicht aktiv und bewusst einen solchen Betrug, einen geistigen Diebstahl vornehmen wollte. Das passiert, weil wir es in der Wissenschaft natürlich häufig mit Sekundärmaterialien zu tun haben, das heißt Texte, die schon mehrfach bearbeitet worden sind, wo zitiert worden ist. Und nun kommt natürlich einfach dieses Phänomen sozusagen in die zweite und dritte Generation. Das heißt, wenn Sie ordnungsgemäß zitieren aus einem Buch, dessen Verfasser selbst bewusst plagiiert etwas weggelassen, etwas nicht ausgezeichnet übernommen hat und Sie kommen sozusagen dann zwar als ordnungsgemäß Zitierender in die Diskussion, aber es kommt Ihnen jemandem drauf, dass das eben zum Teil geklaut ist. Dann sind Sie, wenn Sie so wollen, mittelbarer Plagiator und das ist schon sehr, sehr viel schwieriger für den Einzelnen, insbesondere wenn er noch nicht so erfahren ist mit wissenschaftlichen Arbeiten, sozusagen das herauszubekommen. Da hilft im Prinzip nur, möglichst immer auf die Originalquelle zurückgehen. Keine Sekundärzitate, wie ich sage, keine Gebrauchzitate. Das ist hochgefährlich, bei den Juristen sehr beliebt. Es gibt Urteile, die in der dritten, vierten, fünften Zitierquelle immer noch falsch zitiert werden, weil sich keiner zwischendrin mehr die Mühe gemacht hat, das Datum, das Aktenzeichen oder auch nur den Inhalt zu überprüfen. Aber trotzdem ist das natürlich letztlich vom Autor zu verantworten. Also auch das unbewusste Plagiat wird zu Recht immer dem Autor der letzten Nutzung sozusagen zugerechnet. Deswegen immer zur Quelle, dass es nicht nur in der Natur vernünftig, sondern auch im wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist nicht nur in der Natur, sondern auch im wissenschaftlichen Arbeiten.